So Leute, wir befinden uns gerade auf einem Skaterplatz. Ich skate zwar nicht, aber dieser Das einzige was ich kann ist ein Olli. Ich werde mal gucken was ich hier raushauen kann mit seiner Hilfe. Tschüss alle. Ich gehe schnell die Rail wachsen, okay? Viel Spaß. Er wachs die Stange ein. Wann erkennen wir wann es richtig gut ist? Ihr müsst es ablecken. Das schmeckt gut, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Erwachsendet. Okay, reicht. Danke. So Leute, jetzt zeig ich euch mal was ich kann. Eine Vielfalt an Tricks. Alles gut. Fucht mich Leute an. Danke an der Stelle nochmal für die positive Resonanz auf meinen Trickshot Video. Jetzt hat mein Wachs kaputt gemacht. Ich hatte es hier und bin voll drauf gesprungen. Es war voll grün vorher. Jetzt ist es weiß. Oh Mann, bin ich dumm. Dafür musst du gar kein Wachs kaputt machen. Ich mache jetzt eine kleine Challenge, die du heute schaffen wirst bzw. gleich. Siehst du dieses Manual Pad da hinten? Ja. Das ist verhältnismäßig eigentlich ziemlich hoch. Und du wirst heute dann Olli runter machen. Ihr Leute könnt euch darauf gefasst machen, mich sterben zu sehen. Mühle neu Aztaros sind diese Musik weiter? Oh Das ist mir barrelMi Ich habe noch eine Challenge für dich. Siehst du das etwas schmalere Manual Pad da hinten? Ja, ich frag mich nur, was ich damit machen soll. Dann machst du auch ein Olli runter. Es ist einfach so easy. Bitte nicht. Woah! Oh! Oh, yeah! First try So Leute, ich werde jetzt den übermenschlichsten Übertrieb der Überweg ausziehen Leute, seid ihr bereit? Dachte ich mir Count on 3 2 1 Oh f**k 1 Leute, mir ist gerade aufgefallen Wir direkt neben dem Skateplatz Gibt's einfach so eine kleine Fußballfelde Goll Oh ho Shiiit Halt war echt first try man Ein neuer Tag ist angebrochen und wir befinden uns jetzt wo? Am Affenberg in Salem. Am Affenberg in Salem. Und zwar hier ist so ein Waldpark, bla bla, wo freie Affen rumlaufen. Und ja Leute, viel Spaß. Jetzt zeig ich jetzt mal, dass man einen Affen zur Wasserstelle bringt. Das ist ein Affen. So Leute, wir sind nun raus aus Affenberg. Und es ist was seltsames passiert. Ja, ich saß so mit meinem Affen-Homie auf der Bank. Wir haben ihn Ernie genannt. Ernie. Ich saß so mit ihm auf der Bank. Auf einmal hör ich so hinter mir so Geräusche von so plätschern im Wasser. Und ich bin sofort so aufgestanden. Und sehe so gerade, ich bin noch so rechtzeitig entkommen. So von oben auf so einem Baum ist einfach so ein Affe runter auf die Leute. Und ich hab mir so, fuck man, ich bin so richtig weggesprungen. Luftwandel. Ich hatte noch so richtig Glück gehabt, man. Und jetzt schauen wir mal was Witz machen. Nach so einem anstrengenden Tag kann man sich echt erstmal ein bisschen Pool gönnen. Nein Spaß, hier kommt er wirklich. So Leute, ich würde dann sagen, morgen geht's weiter. Jo Leute, ein weiterer Tag ist angeboten. Wir finden uns in Mainau. Und wir sind jetzt auf, wie nennt sich das? Auf der Blumeninsel. Und wir müssen jetzt über eine Brücke rüber, wie man das hier erkennt. Hau mal schauen, wie's wir. Oh! Ja, es ist wirklich schön hier. Wirklich nice, so mit dem Hintergrund, mit der Sonne. Oh, hier sind Tiere. Oh, man riecht es schon. Okay. Okay. Oh! Was ist das für eine Menge? Leute, schaut mal hier. Das kann ich so nicht sagen. Ist das gar nicht so? Oh! Das ist gar nicht so! So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diese drei Tage waren echt göttlich am Bodensee. Checkt auf jeden Fall noch sein Video ab. Es ist auch wirklich echt nice geworden. Habt ihr auch ein paar Einblicke, die ich vielleicht nicht aufgenommen hab. Ja, und ich würd sagen, wir sehen uns.